Ja hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Interactive Experience und wir haben erfolgreich den roten Button gepresst in der letzten Folge. Nun geht es weiter mit Push It Again. Wenn wir das schaffen können. Möglicherweise könnte es ja sein, dass Sachen anders sind. Zum Beispiel diesen Schlüssel habe ich im ersten Durchlauf gar nicht gesehen, der nicht für diese Tür ist. Äh. Oh. Ich glaube das Spiel ist auch etwas gebrochen. Wenn ich das so sehe. Ich nehme den Schlüssel mal mit. Warte, da hieß die Tür auch offen. Ne. Ich nehme den Schlüssel mal mit. Vielleicht bringt den uns irgendwas. Ja das Spiel ist broken. Ich habe es verstanden. Es ist nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht. Es verändert sich. Es wird extrem gut. Aber es wird den Bad geschlossen. Es kommt zu einer Seite. Es ist nicht so nett. Es ist nicht so nett. Okay, die Musik ist auch schrecklich, die jetzt kommt. Die Türen funktionieren zumindest noch. Das ist ja schon mal etwas. Ähm, wo habe ich jetzt einen Schlüssel hingelegt? Ich verstehe, wie das passiert. Ich verstehe, wie das passiert. War nicht vorhin noch hier? Ich verstehe, wie das passiert. Hä? Ich habe den Schlüssel verloren. Ja, gut. Denk man nicht, dass der hier wieder liegt. Schade. Ich bin blind. Eins von beiden. Nein, hier. Ich bin blind. Eins von beiden. Die Tür war gerade noch offen. Ich bin blind. Ta-da! This way for the button. Klee pads. Das ist der Schluss jetzt für die gleiche Tür. Okay, interessant. M6 5... 1 0... Falsch. Wir gehen jetzt erstmal in diesen Raum zum Button. Und schauen uns mal an, ob das noch gleich aussieht. Du nennst nicht mal an, ob es die Leute gleich mit dem Button. Ich bin blind. 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 Push it. Ok, das funktioniert tatsächlich. Hat jetzt hier aber auch einen Schlüssel. Break the glass in case of emergency. Exit wird noch funktionieren. Aber wir wissen alle, dass Exit die letzte Strategie ist. So, nein. Push the button again. Schließlich. So. Im starken Menü. Ich bin schon wieder in der Lärmung. Ich bin schon wieder in der Lärmung. So, ich bin schon wieder in der Lärmung. Und da ist die Safer-Area. Ich weiß, was du machst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du kannst dich einfach nicht schützen, kannst du? Auch wenn du einen Weg finden kannst, die Busschen zu schützen, ich denke, ich fühle mich einfach nicht richtig. Es ist einfach nur ein Unfall. Es ist einfach nur ein Unfall. Es ändert nichts. Doch, das ändert viel. Gut, hier ist ein weiteres Exit. Schau dir die Probleme und schau dir jetzt. Wir könnten auch mal hier schauen, wo es hier lang ist. Die Tür ist zu. Smoking, eating or drinking? Aha, okay. Also wahrscheinlich bloß eine Abkürzung. Um hier hinzukommen. Und let's go again. Auf die lange Reise durch den Lüftungsschacht. Die Musik, da jetzt schon mal viel Versprechendes erwarten. Ich warte eigentlich bloß bis mal irgendwie. Ein Schacht hier sich öffnet und wir runterfallen. Das kennt man ja so aus. Filmen, Videospielen eigentlich. Dass der Lüftungsschacht meistens hinunterfällt. Und darauf warte ich hier eigentlich bloß. Komischerweise hatte ich diesmal nichts zu sagen. Wait. Hä? Soll ich zwar nicht mal ne irgendeine Schacht auf diesen... Langsam nicht so. Oh ja. Look. Do you think you're breaking the rules? Oder so? Wir haben die Minderstädte. Kann man was das. Aber ich glaube, okay. Ich meine... Das ist all just part of the narrative that I made up für. Ich verstehe nicht ganz was das mit There is no agents here gemeint ist. Push the button again. Und wieder... Vibriert der Control... Auf dem Tisch. Ich könnte nicht mal vom Baden hinunter gehen. Es fährt sich alles wieder herunter. Er und schon. Ich könnte nicht mehr so. Ich könnte nicht mehr so. Ich könnte nicht mehr so. Ich könnte jetzt mal so. Ok, die Tür ist jetzt hier offen. Bevor ich jetzt nochmals weitergehe, würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Ich splitze das Ganze hier in Folgen auf, damit es besser ist zum Anschauen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von, äh, der Titel steht hier nicht mehr, Interactivity, Interactive Experience, glaube ich, genau, von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.